Woher hast du die meisten Inspidationen für deinen Charakter gezogen? Meine Tochter? Meine Tochter ist ein bisschen... Also aus diesem Trotz, glaube ich. Also man hat ja immer so, man weiß ja immer so, wenn man Kinder mag oder so, guckt man die ja sich gerne an oder so. Also meine Tochter, die ist vier gerade und die ist auch so trotzig, kann sich nicht entschuldigen und sucht Ausreden. Ja, aber vielleicht auch die meiste Inspiration hätte ich mir für die Figur auch teilweise aus Verhaltenszügen von mir gezogen, die man sich nicht traut, aufgrund des Alters, das man mittlerweile hat, zu zeigen. Den eigenen Trotz mittlerweile gesellschaftskompatibel verpacken muss mit 32. Der kleine Pirat, das ist der, den jeder gerne hat.